20 uhr netto in anklamm ich gerade noch vor ladenschluss mit getränken versorgt jetzt sind es 191 kilometer die hinter mir liegen vor mir liegen also noch 39 und natürlich war es so dass nach meiner letzten raste mit dem berg hoch und bergrunter natürlich nicht sondern das fröhlich weiter ging bis irgendwie 20 kilometer vor anklamm also alle tut weh und ich habe gerade mal durchgerechnet ich habe bis jetzt sechs liter getrunken und wahrscheinlich auch wieder ausgeschwitzt ja also so zwei stunden zwei stunden 30 müsste ich irgendwie dann entzündet sein hoffe ich falls menschen material dann weiter durchhalten ist denn